ja leute was geht es geht weiter mit let's fly ist hessenskrieg 2 mit mir dem virus wir machen weiter schön dass ihr wieder am start seid und ja ja ich habe auch solche hunger so halt zum haulen so weiter geht es ja wir müssen jetzt hier hochklappern ach ja übrigens vielen dank für mittelag ist gerade einsatzige abonnenten der gar nicht 360 diesen wir doch voll machen durfte es war so ein halbes ziel von mir ich habe es geschafft oder durch euch geschafft vielen dank dafür so das wollte ich noch mal ganz gut loswerden machen jetzt weiter mal gespannt was jetzt doch passiert ja ja sehr gut das passieren würde wenn ich meine ich muss ich weiß nicht wenn die folge so ja hier war nichts mehr das ok neun stück brauchen wir noch weiter kommen wir noch auf 9 da kommen wir auf drei das war mit ihm kommt mit der mit der mit der die kennt mit dem neuen naja er will auch gehen ja das ding kommt wo hat er sein verstand glück gehabt wüsste sich warum er muss wir irgendwo die wachen ernähren die wissen wie ich aussehe sind so auch gut dass manche wachen müssen wie ich aussehe nicht alle sondern manche ja daran merkt man halt es ist alles ein prototyp na ja wie es halt in den spiel 2 ist da gibt es nicht die ganzen systeme auch wie hier nur doch so viel aus so viel ausgearbeiteter als er merkt das ist ein prototyp für die zeit wo es raus kam war es das maximum da war es cool und ich will ja gar nicht jede bauern bevor ich mich vergesse auch am flug so die du bauern bevor ich mich vergesse so dann können wir heute das attentat machen das attentat auf den guten wiesen der r albert 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 irgendwie sehen nicht also wahrscheinlich also ist wahrscheinlich also sehr schön cool wenn wir den attentat machen könnten entschuldigung für den kracht sorry duf hingesetzt schlafen gesetzt war es immer noch nix ja gut sind auch noch zwei was wir machen wir es nur noch das war fertig so schnell obwohl wir drei folgen passt ja mal gucken ob das lp ich habe 13 folgen müssen es werden und wird es reicht weil für die tanzüte reihe weil das die er dürfte das dann nicht sehen so ab diesmal lasse ich mir auch deutlich mehr zeit als im letzten lp einmal sagen es auch ein deutlich besseres lp es habe ja damals auch gesagt ich war damals sehr unzufrieden also die letzte war ich unheimlich unzufrieden und ich habe gerade irgendwann 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 werde ich noch mal noch mal neu machen mit euch und weil ich mir dann überlegt habe ja dann den neuen machen dann machen wir einfach in den 2 auch noch mal neu und odyssey machen wir auch noch mal weil ich habe nur drei spiele gemacht und origins habe ich auch mal angefangen halt pausiert habe ich nie durchgespielt jetzt bleiben wollen durch angefangen das war aber auch noch mal in der ab er will verkommen ja wir haben schon einmal durchreiten mussten wir hätten das werden sie die ganze aussichtstürme wenn die einfach gesparen können ich wusste es nicht mehr dass man so machen konnte na gut ihr seid hier nicht nur ein gläubiger hier wirst du sterben der schön hier gehofft der andere kommt nicht da war es nicht geregelt da haben wir nicht geregelt kann das nicht mehr also kraft besuchen nicht nur so lieb genau die wissen wie ich aussehe ich finde auch gut dass nur die das wissen ich finde das gut dass nur die das ist nicht aussehen also ich weiß ja nicht was die taktik der ist es nur eine kleine gruppe weiß wie ich aussehe aber das ist die taktik dahinter bin so froh der von den zehn stück zu haben fünfer bescheuert das finde ich auch irgendwie blöd das war der einzige upgrade wo ich da hätte ja gleich zehn machen können 5 weiß ich nicht ich weiß auch eh nicht ob man ist es wieder 1 remaken sollte oder war ja mal im gespräch also wenn man es remake will ich nur dann mal nach noch mal das nur in hübscherer grafik würde ich sagen Quatsch auch wenn der spiel nicht schlecht ist aber ein wenig wenn ich jetzt heutzutage das spiel für sich 60 euro bekommen würde wissen naja er weiß nicht er wird das damit zu wenig inhalt das wäre mir ziemlich inhalt muss ich ehrlich sagen das wäre mir ein bisschen zu wenig inhalt da ist ein von meiner ersten beiden vermanten dann machen wir mit dem vermanten bei der karten da ist aber da er geht es noch und anwurte und die erdolgen 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 im remake im würde ich halt für tatsachen der spiel ist bald mit guten also ich hätte kein problem damit wenn sie noch mal ein spiel machen würden mit alter ihr weil alter ihr ist halt echt ein charakter der hat eigentlich ist ein cooler charakter also ich mag alter ihr aber alter ihr ist leider nicht gerade sehr ein sehr gut geschrieben ich weiß nicht ob die story von alter ihr noch mal noch mal mehr aufgebessert wird oder ob die noch mal erneuert wird dies oder ob ihr nochmal weitergeführt von alter ihr ich weiß gar nicht mehr hat alter ihr ja so auch hier ach als ob er dich ja natürlich war der hier alter ihr euer name ist in aller munde und inzwischen spricht man sogar gut von euch wenn ihr euch wahrlich so geändert habt wärt ihr dann bereit mir einen gefallen zu tun juba ihr hat einige händler angeheuert um die bürger auszuspionieren sie bekommen gold wenn sie im namen nennen ihr tätet der stadt einen großen gefallen wenn ihr diese händler finden und ihre stände zerstören würdet das sollte ihnen einheit gebieten die stände die stände zu stören hat das wieder heißt jetzt steht jetzt hatte ich brauche das geht geil für das mache ich na gut allöchen ich glaube es geht es geht es ist noch ja ich komme ich einfach die ganze armee an naja egal wenn wir deshalb doch diesmal als erstes machen sollen oder vielleicht hier einfach in ruhe lassen sollen ich danke euch ich werde diesen gefallen zurückzahlen das schwöre ich ja gut ja ja Naja... Was muss der denn machen? Mist, oder? Genau, ich muss kurz warten. Aber ich hab noch ein paar Punkte gut. Ich bin festhalten. Okay, ah warte. Ja. Jetzt geht's nicht weg. Ah, schade. Äh... Ich bin hier ver... Ah, ja... Okay... Ich bin im Versteck hab ich... Ja... Jetzt geht's wieder. Ah, okay, egal. So, äh... Ja, gut, okay. Wir haben ja dafür die Geräte. Das passt dann auch, haben wir auch schon. Ja, toll, hab ich ja keine Wachen oder was? Ich brauch. Wer war ihr werdet? So... Mitkommen. Nein, ich greife nicht. Okay. Sehr gut. Was denn? Ja... Ah, gut. Jetzt ist grad bisschen doof. So. Sehr schön. Okay. Nice. Gut, machen wir's so. Schade, hätten wir beide ein bisschen in einem Rutsch geschafft. Das war auch lustig gewesen. Ja, gut, man muss auch dazu sein, das ist auch nicht eingeplant, ne? Die Zeit ist nur für die Mission gedacht, nicht um das, was er noch anfängt. Ihr habt heut eine gute Tat getan, alter ihr. Im Austausch dafür teile ich mein Wissen mit euch. Euer Ziel ist vermutlich ähnlich gekleidet wie seine Anhänger, aber ich weiß, woran ihr ihn erkennt. Er trägt gern goldene Roben und hat immer einen großen Beutel bei sich. Findet ihn, Bruder. Lasst ihn bezahlen. Okay, ja, dann haben wir noch eine, eine, einmal Bürger retten, dann geht's los, oder wie? Gut. Okay, ja, dann machen wir natürlich auf jeden Fall. Yubai wird auf jeden Fall seine gerechte Strafe, äh, seine gerechte Strafe kriegen. Natürlich, Leute. Und. 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 JÖRRR Claudia? Ich signature die kontroll am Ende. JÖRRR und. oh ja ja jetzt kommen ja jetzt ein bisschen nervig hier ja natürlich jetzt kommt noch eine Masse an neuen Gegnern ja gut jetzt ist hier ein bisschen nervig gut dass ihr gerade vorbei kamt noch eine Minute und sie hätten nicht erfüllt wir alle noch eine Minute immer die Mühle jetzt halt mich durch die Kamera alle Bürger im Bürgerviertel von Damaskus gesaved gerettet wo sie denn in nachschöpfen ja nach oben irgendwo irgendwann diese 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 Vögel wieder aber egal die Zeit jetzt umgebracht wer aufs Dach gegangen und hätte hier auch mal kurz die Prozent entsorgt so ja gut Gott sei Dank was gibt es neues ich habe viel über meinen Gegner erfahren teilt euer Wissen Juba hier ist besessen davon die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen ein schreckliches Verbrechen darum will Al Mualem ihn beseitigen er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen sie ziehen durch die Straßen schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke ich fürchte er will sie alle zerstören lassen gebietet ihm Einhalt deshalb bin ich hier er wird bald ein Treffen abhalten in der Madrasa Al-Kalossa dort werde ich ihn treffen dort werde ich ihm ein Ende bereiten die Einzelheiten überlasse ich euch macht der Bruderschaft Ehre immer doch mach ich jeden Tag ich mach da soviel Ehre alter glaubst du ein Attentat wieder über meine nächsten Folge der nächste Attentat machen ein bisschen dann nicht erwünscht die ist das das war damals auf xbox gespielt das konnte ich das war auf xbox ein krampf weil die xbox-version bei mir damals nicht funktioniert hat 360er es war zwei 60er version also die hatte ich funktioniert da bin ich habe mich hingestellt und die kamen nicht genau das kam auch noch aber die kamen nicht hier das war auf jeden fall das was irgendwie funktioniert hat damals ich erinnere mich oder hier hingestellt genau aber auf jeden fall ja kam nicht genau in dieser stadt muss zerstört werden mein freund das dürfte nicht viel wissen wohnt diesen pergamenten inne aus gutem grund von unseren vorfahren niedergeschrieben und was ist das für ein grund es sind fanale die uns leiten sollen um uns vor der dunkelheit der ignoranz zu bewahren nein es sind papiere bedeckt mit lügen sie vergiften euren verstand und solange sie existieren könnt ihr nicht darauf hoffen die welt in ihrem wahren licht zu sehen wie könnt ihr diese schriften als lügen bezeichnen es sind werkzeuge der bildung ihr wendet euch an sie um antwort und erlösung zu erhalten ihr verlasst euch mehr auf sie als auf euch selbst das macht euch schwach und dumm ihr glaubt an worte tintenkleckse denkt ihr je darüber nach wer sie aufgeschrieben hat oder warum nein ihr akzeptiert einfach ohne zu hinterfragen jedes wort und wenn diese worte nun lügen wie sie es so oft tun das ist gefährlich ihr liegt falsch diese texte sind ein geschenk des wissens wir brauchen sie ihr liebt eure kostbaren schriften würdet ihr alles für sie tun ja ja natürlich dann folgt ihnen jeder der so spricht wie er stellt selbst eine bedrohung dar möchte mich noch jemand herausfordern gut ich eure befehle sind einfach genug geht in die stadt sammelt alle verbliebenen schriften und läuft sie in den straßen auf wenn ihr fertig seid schicken wir wagen um sie abzuholen auf dass sie vernichtet werden muss ich jetzt alle töten 20 kann ich mal ok genau die die das genau so weit die lide hat das spiel jetzt geladen und dann aber nicht mehr also ich ja die leute sind hier haben hier geladen nur dann diese erinnerung und das was davor kam das haben wir noch eingeladen aber nicht diese attentat ich konnte das irgendwie habe ich gefixt gekriegt damals irgendwie ging es glaub ich habe ich dann die ps3-version gespielt bedanken weiß ich nicht mehr ich hab xbox die durchgespielt aber ich hab auf xbox dabei genau weil die märz immer schlimm sie zu behalten wer mir sünde erkennt und versteht die wahrheit in meinen worten den lügen und der vergangenheit die versuche hallo werden das geht ja nicht schade wenn wir jetzt hier kraftstoff oder ratia ja aber das war ein cooles ATTAT mal anderes obwohl die ATTATen eigentlich sehr cool gemacht ist auch so ein bisschen eigentlich auch so ein bisschen der Grund und man spielen sollte aber für ein remake weiß ich nicht ob das es genug hergibt außer Man würde Weil es gibt ja diese Prequel Trilogie Jetzt ne Und ich meine ja auch die vorgeschichten Trilogie Origins, Valhalla Wie heißt das andere Spiel Origins, Odyssey und Valhalla Genau Und Mirage das neue Spielt ja auch vor Alter Ia Weil ich es jetzt mitbekommen habe Ähm Ah da guckt ich Die geht dem dahergelaufenen zu überlassen Wir müssen sie alle vernichten Obdass sie euren Geist sich länger vergiften In der Ernte Nicht einfach Ah geht einfach Okay Keine Lust Hab mir den Leiche gesehen Hab jetzt keine Lust Ja schön Na mein Freund Was wollt ihr denn? Von überall wachen Was wollt ihr denn sehen? Wir erscheinen sicher Aber das Durchschnitt Grausame Worte führen zu grausamen Taten Seht euch um Das Land fällt dem Bösen anheim Ob Schriften wie diesen Jetzt nicht mehr Das hat keiner gesehen Geil Ich hätte ihm aber gerne Jetzt nicht mehr das sieht Kommt noch Oh guck Aber das meine ich Das ist schon geil gemacht Wenn man Ja auch wenn das mal ein bisschen Ein bisschen komisch steht Wenn man so Ein Attentat in der Menge ausführt Und Heute ist ein ruhmreicher Tag Wir werden endlich frei sein Reinigt euch von diesen bösen Geistern Bevor sie Macht über euch gewinnen Wähnt euch nicht über ihren schädlichen Einfluss erhaben Sag ich mal auch immer Tschüss Okay Aber es ist irgendwie geil Auch das Man geht Zum Ziel Und Tschüss Und dann Hauptmann Ryan 2 weg Ich renne kurz weg Und manche wissen gar nicht was passiert ist Es ist so cool All das haben die schon richtig geil gemacht So Und Deswegen Und so eine Taktik zu haben Ich hätte auch kein Taktik Game mehr Warte Gott Warte mal kurz warten Jahrhundertelang Allianz schweigend gefühlt Den Worten von Männern und Frauen Glauben geschenkt Die schon lachen Oh Ich hätte vielleicht Achso ich bin Achso ich bin Achso ich bin Mach mal Mach mal Mach Ja Ja Junge Wenn du mir in die Klingel läuft Ne wer ist denn Geist Nein Geh rein So Ähm Manchmal okay klappt es nicht Aber wenn es klappt Ne Es ist so ein geiles Gefühl So cool gemacht Deswegen Ein Remake Würde ich heute dann sinnvoll finden Wenn man wirklich Bald nur Die Rahmenstory übernimmt Von Alter ihr Und der Geschichte Von Mit dem 1 Aber Sie Neu Und wirklich verbessert Und Und wirklich Facetten Dass man sich wirklich hinterfragt Dass man sich mit anderen Brüdern austauscht Er tut das rechte Lasst uns die Stadt Von ihrer vergifteten Verlangenheit Befreien Das ist nur Zurecht Und aus den Flammen Wird sich eine neue Zeit Erheben Eine der Wahrheit Und Einheit Regiert von der einzig Waren Weisheit Sehr gut Ähm Genau Deswegen Dann würde ich ein Remake Okay Für eine bald Dichten Remake Würde ich schon bald Denk ein Denk bald Ein Neu Zinschweiler Ja Remake Es ist Gutes Volk Von Damaskus Gutes Volk Von Damaskus Ihr tut das rechte Lasst uns die Stadt Von ihrer vergifteten Vergangenheit Befreien Das ist nur Gerecht Und aus den Flammen Wird sich eine neue Zeit erheben Eine der Wahrheit Und Einheit Regiert von der einzig Waren Weisheit Anbieter Demk Waren 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 Tot Hallo Damit sind Durchkommt Zubau Waren 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 Nett Warum Warum habt ihr das getan? Die Menschen müssen frei sein zu tun, woran sie glauben. Wir sollten sie nicht für ihre Gedanken bestrafen. Egal wie sehr wir diese ablehnen. Und dann? Ihr solltet die Antwort am besten kennen. Lehrt sie, gut von böse zu unterscheiden. Sie müssen durch Wissen befreit werden, nicht durch das Schwert. Sie lernen nicht. Zu sehr sind sie auf ihre Wege fixiert. Ihr seid naiv, das nicht zu erkennen. Es ist eine Seuche, für die es nur eine Heilung gibt. Ihr irrt. Und deshalb müsst ihr ausgeschaltet werden. Bin ich nicht wie diese kostbaren Schriften, die ihr retten wollt. Eine Quelle des Wissens, das ihr aber ablehnt. Trotzdem zögert ihr nicht, mein Leben zu nehmen. Ein kleines Opfer, um viele zu retten. Es ist unerlässlich. Sind es nicht alte Schriften, welche die Kreuzfahrer inspirieren, die Salah al-Din und die Seine mit gerechtem Zorn erfüllen? Ihre Schriften gefährten andere. Führen den Tod in ihrem Banner. Auch ich war bereit, ein kleines Opfer zu bringen. Das ist nun ohne Belang. Euer Werk ist getan. Und so das meinige. Mist. Ja, ähm... Ja, ähm... Okay, das ist aber ein Saukult, an die Tat. Danke. Ich meine, das ist genauso cool, ne? Wenn man sich so eine kleine Armee aufbauen kann. Also, das Spiel hat sehr coole Mechaniken. Deswegen finde ich... Deswegen auch, weil es halt auch eine Sinn für zwei gibt, der schon besser ist als ein, der schon ausgereifter ist. Nee, besser will ich nicht immer sagen. Besser ist immer gemein. Oder besser, weil... Weil... Man hat es jetzt damals... Äh, ja, 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 gestern. Hup. Ah. Zielen lernen, bevor du schießt, Junge. Nicht von hinten. Ich von hinten. Nee. Vom Black Flag Remake weiß ich nicht. Ähm... Ich kenn's zu wenig. Um das einschätzen zu können. Also, ich hab's mal durchgespielt. Das Problem war... Mh... Mh... Das ist durchgespielt. Das war ein bisschen blöd. Ich kenn die Story nämlich nicht. Kann ich aber erklären wollen, wie das jetzt kommt. Ich hab's da durchgeschmückt. Ich kenn die Story nicht wirklich. Ich hab das damals... Gespielt. Ungefähr zur Hälfte. Da hab ich mir gesagt, das war an einem Montag. Aber am Montag, weißt du, ich hab am Sonntag aufgehört. Weil, ne, war halt... Spät genug. So, ne. Dann hab's am Montag so... Ähm... Es war es 2.14. Dann spiel ich am Montag halt weiter. Und da hab ich mir am Montag den Arm gebrochen. Und hab das Spiel sieben, acht Wochen nicht gespielt. Oder gar um kaum gezockt. Und nach acht Wochen dann wieder gezockt. Da hab ich irgendwie, glaub ich, Sif oder so gezockt. Äh, Sif von 14. Und dann irgendwann mal Black Flag durch. Äh, von dem Standpunkt aus weiter. Wo ich die Story gar nicht mehr Erinnerung hatte. Es heißt, ich kann euch nicht sagen, wie gut die Story von Black Flag ist. Darum freue ich mich auch auf Black Flag. Weil viele von Black Flag politisch reden. Ich es aber deswegen nie genießen konnte. Weil... Der Unfall halt. Äh, der Armbruch. Und, äh, ja. Altair, sagt bitte, dass ihr Erfolg hattet. Hört man doch. Ja. Jubairs Feuer sind ausgelöscht. Ebenso sein Leben. Wunderbar. Ich habe nie an euch gezweifelt. Ihr hättet es sehen sollen. Die Gelehrten folgten ihm so bereitwillig. Und es waren nicht nur Schriften, die verbrannt wurden. Sondern auch jeder, der sich ihnen entgegenstellte. Solche Ignoranz dient nur dem Bösen. Ihr habt heute eine gute Tat vollbracht. Wie all meine Opfer glaubte auch er das Rechte zu tun, den Weg für eine bessere Zukunft zu bereiten. Sicher dachte er das. So arbeitet der Verstand eines Verrückten. Alles, dessen ich in den letzten Wochen gewahr wurde. Als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir um den Krieg zu beenden. Auf das die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair. Kehr zu Al Mualem zurück und berichtet ihm. Von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vorzu aktuelleren Gedächtnis abschnitten. Ziel wurde eliminiert. Zurück zu einem Wellen. Erinnerung Vorspuren. Ja. Würde ich sagen. Ja, komm, machen wir das. Ah ja, stimmt, gehören dazu. Ja, komm, machen wir das noch. Ich wollte jetzt überlegen und sagen, jetzt machen wir einen Cut, aber ne, machen wir Die paar Minuten haben wir auch noch Zeit. So. Willkommen daheim, Kind. Was liegt an? Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Dann scheint es, euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Siebrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen, heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das, wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald, bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist. Und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns hier hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts war und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, alter ihr. Friede sei mit dir, alter ihr. Aber irgendwie sind wir auch so eine komische... Naja, also... Aber auch ganz komische Ansichten. Wir sehen, wie die Welt wichtig ist und hoffen, dass andere es genauso sehen. Also, es ist auch irgendwie eine sehr komische Ansichten. Bekomme ich keine Energie mehr? Warum? Achso, ist voll. Bekomme ich keine Energie mehr. Bekomme ich keine DNA mehr dazu. Wieso habe ich denn jetzt hier gelb? Okay. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da erfahren wir dann mehr über die Wahrheit. Was ist die Wahrheit, Leute? Nimm die Wahrheit. Nimm die die Assassin. Das ist die einzige Wahrheit. Alles andere ist halt Lüge, weißt du? Also, wenn die Assassin was machen, ist es die Wahrheit. Wenn die anderen das machen, ist es eine Lüge. Achso, man kann ja gleich rausgucken. Wusste ich gar nicht. Cool. Also, ja, deswegen meine ich halt. Das Spiel ist schon geil, ne? Ähm... Gut, Leute. Ich danke für das Zuschauen. Aber es reicht sich natürlich noch am Ende zu dem Projekt wohl. Weil, wie er sagte selbst, diese Arbeit ist bald vollbracht. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich danke. Hau rein. Wir sind's. Vielen Dank auch für die Unterstützung. Vielen Dank für die... Für alles, ne? Es ist echt geil, wie das hier. Auch die anderen Sachen. Auch Jakob ist der Support. Ja, bitte. Ist geil. Auch daran alle sitzen die Abonnenten mittlerweile. Einfach vielen, vielen Dank. Und ich mach auf jeden Fall weiter. Ich hab das nochmal kurz gesagt. Ähm... Alles wird auch mit dem Wachstum oder sonst was. Alles wird sich fügen, so wie soll. Ganz ehrlich. Ich mach weiter. Ich hab unabhängigen Spaß daran. Und es ist schön, wenn ihr auch dabei seid. Und ich bin dankbar für jede Unterstützung. So, ne? Ähm... Vielen Dank. Freut mich, dass ihr da seid. Dass wir vielleicht nochmal ein bisschen wachsen werden in Zukunft. Oder wahrscheinlich wachsen werden, wie es aussieht. Ähm... Danke sehr. Und es ist wirklich cool mit euch. Macht das sehr gerne. Vielen, vielen Dank. So ist mir nicht raus. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Pirates. Haut rein. Tschüss. Wir sehen uns. Ciao.